meine damen und herren hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren folge hochberg meine melde 22 zusammen mit dem philipp ein wunderschön hallo so jetzt wird das ganze zeug heute mal ein bisschen spannender der wagen fühlt sich mit noch mehr end und der hände im volumen bleibt der gleich ding endgewicht ja aber an sich mit noch mehr gewicht ich weiß nicht ob volumen gleich bleibt genau ein pickpick würde sich noch ausgehen dann haben wir noch 25 euro ja warum nicht wenn ich so war so holen sie die hallo warte mal ich ich bekomme das alles drauf ja ja ich bin nur für den Notfall doch wenn nicht dann schmeife ich die pickpicks wieder nicht ich habe das volumen jetzt voll ausgeschöpft und ich habe bloß 38 ding die restlichen zwei pickpicks die nehme ich wieder so mit nein du musst einen starken bauer anmachen dafür und ich habe das ganze das ganze ja der radio machbar sein naja flo wenn wir kurz ein cut machen stresschen ja jetzt sind wir zurück von fräsi-gräsi ich klatsch mein hänger wieder da hinten rein weil der hat sich entpuppt dass wir ihn doch nicht brauchen auch gut haben das zwei pickpacks zu viel die sind wieder nehmir hänger drin obwohl es halt reingelatscht so rum leuchte an und hinterher Da vorne ist er ja Ja Was läuft denn der Wind? 3 aufbucht 1 A O 3 Sachen schneller als wie ich Perfekt Boah das wird Engel überholen Überholvorgang Ne überholt er gar nicht mehr wieder Ahhhh Weeeee Junge Hermes Hat ausbremst oder was ist ausbremst Vollbremsung in der Karte Junge siehst du das wo ich hält? Ja Ich bin voll in die Eifel gegangen Hallo Na gehts Ich wollte eigentlich an dir vorbei aber gut Dann halt nicht Junge war das ein enges Ding Are Maria Ah du schiebst Hm Schon gewundert warum das so leicht wird Ich hab mir grad schon gewundert warum jetzt rausschalten muss Wir müssen hier rüber gell Ja ich weiß Deswegen lass ich den Platz zum Abbremsen Oder allen Schwung mit dem dem wo geht Allen Schwung mit dem dem wo geht Allen Schwung mit dem dem wo geht Licht ausmachen für maximale Leistung Gibt's dich schon wieder ja Ja Lass mich mal alleine probieren Jetzt Boah alter Vielleicht muss runterschalten Boah es geht Ja Na ja komm und drauf überall schon oben rumkippst Boah oder ob schwierig Nicht vier kmh Ja ich bin weiter Jetzt bist du schon da oben Ja ok stimmt doch Jetzt Claudio nicht mehr Das Problem ist halt Er bringt die Leidstoff nicht auf Boden was er hat Ja, da hätt schon Frankwicht dran klatschen müssen. Unten haben wir ein Unterflurgewicht. Nee, gibt's beim Johnny nicht. Hm? Unterflurgewicht hat das schon nicht. Wenn dann, ähm, Fahrradgewichte. Ja, nee, ich mein Unterflurgewicht hinten am Unterdeichsel vom Hänger. Ja, das wird für etwa 4. Wie nur Futter wird hier nicht angenommen. Ich rasch aus, Alter! Ja, das ist, das ist, das ist. Dann fahr mal in den Rhein. Okay, komm schon. Ja, da drin gibt's auch nichts zum Abladen, ne? Oder doch. Naja, lad mal meine Schaufel ab. Ach so. Moment. Das ist bloß ein Lager. Wir müssen da reinfahren. Ah! Ah! Kondi-Mur-Post. Warte, lass mir mal kurz fahren. Warte, lass mir mal kurz fahren. Warte, du kannst den hinteren gleich haben und probieren. Nö. Ich probier gleich den hier. Nö. 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 Aber gerade, dass es mit dem Hänger geht. Nö. 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 Maus nur will ich hängen blieben so in den Klinik die müssen dort waren die Sitz nicht ich glaube ich habe von woher einladen war davon ist gut aus das ist ein Symbol am Boden was ist am Boden er schwebt ja wo er holen ist schauen wir nochmal hin was häng ich da oh meine Tür ich bringe mir Heinefutter los ich hau nicht ah gut das ist gut warte mal wo bin wo war ich gerade drin war ich bei den Hühnerinnen oder war ich bei den Anden denn ich war bei den Anden ok das sind Heine ich habe mir gerade gedacht dass Heine und Andenfutter vermischt unterschiedlich ist aus zeigest aber ne das ist es mal mit zuzunehmen oder das fahr ich sie noch mehrfach weg ich fahr ich sie noch mehrfach weg Ich muss erstmal wieder rauskommen Mit dem Schäfer und dem Frontlader kannst du auch nix reinschippen oder? Bin grad dabei Die Aktion kann hier nicht durchgeführt werden Aber warum wenn ich... Moment! Müsst doch fressen Sag mir net! Also wenn es so ist, hab ich jetzt schon keinen Bock mehr Wann haben die draußen? Die haben wir nicht einmal... Die haben leider mal gefordert, sowas ist Och Junge Och Junge Wie ist nix? Da sind Gitter, wo man aufmachen muss Kriegst du da rein mit denen Wang? Wie viel ich versuch's? Wann ich hab genau da meinen scheiß Ballen hingestellt Wann rüber da müssen Beziehungsweise Mann Maus So Wann rüber da müssen Wann rüber da müssen Was ist das? Ich hab das mal den schon vergessen? Ja ich komme ich komme rein physikalisch die frage was ich mir viel mehr stelle ist dann stellen wir uns für eine frage kommen wir da mit dem farmer rum wenn nicht probiere ich einen gt der ist noch eine nummer kleiner ich muss halt da hinten das größte gewicht dran klatschen was ich finde um die zwei kubik schaufel zu machen aber ich kaufe mir für den scheiß den scheiß der stelle das gewicht hinten dran macht dann vorne die größte schaufel was gibt am ls und ich habe mir gedacht wir füllen was sind die silos und das war es dann ich bin ls hat andere pläne ganz andere ich will eigentlich nur hin hat es klappt hat es klappt so viel wenn ich mich immer wieder ein bisschen rüber ziehen also ich bin jetzt inzwischen mit dem 10 oder 2 kubik schaufel das auto ja ich kann abladen wie viel geht denn aus warte ich bin gerade am abladen klar beöffnet sich 6% wie viel hat ich drin ich habe jetzt noch 8200 l dün 10 10 die sich das neben dem Moment nicht wirklich aus dem Umfeld 5 5 immer stehen 5 es geht gerade so gut und von der Höhe her alles auskippt und dann oben an der Decke an steht 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 13 14 14 14 15 14 15 16 16 15 14 15 17 16 das bleibt aber ich habe nicht geblieben er hätte mit der Schaufläche der Sitzbühle die Sache ist für den mann wirklich die Ballern das gleiche wie gehen nicht neben dem angenommen hat doch an von oben wenn er wirklich wenn man in das Wort er hat er auch gebraucht wird es nur in den letzten oder welche, würde ich das sagen, hm? Flo, es geht genau ein Kubik in die Stelle. Perfekt, Alter. Ich fühl's. Kann ich so wenig abladen, die Teile da? Diese Akte, Alter. Was ist denn die Teile da? Irgendwas anderes Futter, oder was? Wann, man kann nicht? Ich sage es, der vorne ist ne Halle. Sprich, können wir da abladen. Uiia! Sind die Pickpicks weg? Ne, da ist noch einer, ich will den aufladen. Ja, wir können da vorne reinfahren. Ja, und hier hinten wieder raus. Ja, aber das ist einfach nur... Das ist eigentlich noch ein Stall, aber keine Ahnung. Ohne Inhalt. Also nicht ganz ausgebaut, oder so. Obwohl, warte mal. Ich schütte das einfach da vorne in die Halle rein, schütte gut und so. Eher in die andere, meine ich ja. Ja. Probier mal abzuladen. Die Sektion kann hier nicht durchgeführt werden. Warum nicht verfickt? Mann. Ist da unser scheiß Untergrund. Kann ich mir jetzt mal stellen? Kann man hier abladen? Da wo's dreckig ist und so weiter. Ich kann es kotzen. Ich fahre im scheiß Kreis und drücke und Spamsteuerung i. Aber es wird nichts. Ohne Anerkennung. Nö. ls sagt dick und fett und ne wir müssen uns jetzt zeigen wir haben ja und ich habe auch sogar noch vier sogar noch ein big pack mit rum das heißt noch mal zwei kubik den anderen nur noch aufgrund das ist ein bisschen so kubik ist er hat es nicht so kubik also ich habe eine wichtige frage nun was die schaufel von der präden wenn die acht kreis ich hätte gestorben das ist nicht mehr und ne das wird in der büttenden hier gefühlt wurde das ist ein gefühlt wurde das ist das hühnerfutter was wir haben und was in diese terminus reinkommen oder in diese silus reinkommen das liegt in diese punkte da geht es von vorne in die luft aber jetzt sind die dass auch nur die märkte der zappelt a bissel was in die b DYR kenne ist ein geflügelfutter steht dran dass da kein unterschied hänger oder der schläft mich an ich mag das nicht Machen sie ihn rundum, Leute? Oh, der schwanzelt, aber gut. Ja, ich kann kaum meinen ganzen Aufschalten. Aber er hält sich. Bis jetzt. Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir in so einer Situation. Also. Kommt der Steherabwerk ab. Ja. So, komm mal ran auf den Meter hier. Heb wieder. Bei der Ski können wir vielleicht wegmachen, denn das ist ja ganz egal. Jetzt mach ich meinen Schoenie aus. Gib ihm. Haben wir nicht eigentlich Follow-Me mit hier drauf? Ne, glaub nicht. Lass ihn jetzt mal rollen. Alter, überschieb dich, Chavien. Ich bin ja nur, was ist denn, so, wir gehen ja schon. Haufen von dem. Alter, ich verlier' den Spuren. Ich komm' heute noch so heim. Ja, wir kommen auch so noch heim. Wir beziehen zwar ein bisschen, aber ist egal. Aber ey, ich muss ja auch nur heim. Aber ey, hier auf der Straße läuft der richtig ruhig. Das ist möglich. Merkst fast nix. Gut, ein bisschen strinzelt da. Ein bisschen ist gut gesagt. Nein, aber weh. Oh, Alter. Ui, ui. Gerade das hier wieder eben drauf kaputt. Ja, ja, wir haben wollen schon gut in Strebergarten aufbauen, kommen wir den Niedern. Hallo, das heißt Strebergarten. Jetzt ist Strebergarten, sondern ein Strebergarten. Ach so, ich möchte da, wenn der so benannt ist, ist es gut. Ja, eigentlich müsste man einen Strebergarten nennen, aber das machen wir eigentlichüre, die Küste, aber... Ey, scheiß drauf. Das ist ein Rade. ich habe es nicht überfahren gekriegt vollendet dieses für mich perfekt alle vision vollendet folge hat doch noch was gutes so ich schaue mal wir sind unsere silo hier rein klatschen können nicht aufs mal ja wir können sie abladen Halleluja so alles gut wir können mal immer mit so mit morgen der Laufkunde abladen Jungs wird auch gehen die haben wir haben wir können ich habe immer hinterher wird auch er wird sich in den Monat er hat die Tepore drauf und er war und es ist er prägt das Geld auf jeden Fall dafür haben wir ein bisschen die ich habe es in unbietend mit dem Aufladen aber es ist der Fusse er hat erlagt aber mal der Stuttgart also den Hutz mit abgeladen geht es gut Stratz abladen ich glaube schon Inzwischen hockt er hinten auf. Oh, den drückt wir ganz schön, ey. Auf! Jetzt läuft Fintax. Ja. Ich brauche mir die Schaufen an, die kann ich nicht anheben. Schwere, kann man die Schaufen wieder haben. Ich glaube nicht, dass sie rausrutscht, du öffnest schon minimal die Bordwand. Du öffnest schon minimal die Bordwand. Ich weiß nicht, dass irgendjemand bringt doch die Schweine um. Ja. Hohoho! Als optisch ein Schaufen rausfliegt. Du, ich f*** dich nicht raus. Ich probiere sie mal so anzuhängen. Ja, soll ich aber. Warte, ich sehe vor der Abfahrt. Guck mal, da war der sechste Gang drin. Ja. Ich f*** alles mit dem Sechsten. Von oben komme ich ran. Ne, warte mal, ich häng sie von unten an, die ist ja richtig dran. Ja, geht. Hab sie. Bis draußen. Warte mal, du brauchst einen zweiten Hänger. Soll ich ihn hier stehen lassen? Ja. Ja, kannsch. Warte mal, du brauchst einen zweiten Hänger. Soll ich ihn hier stehen lassen? Ja. Ja, kannsch. Schlüssel? Ein Däumchen, räumchen und kommt drauf kein Cent und um den roten Knopf. Grau wäre irgendwann getan. Glock aktiven, da bitte nichts das verpasst und das wars von mir. Dann sehen wir uns schon bald. Zu der weiteren Briege auf der Hofbergmann in dem L22 waren sie zusammen mit dem Philipp und bis dahin macht sie so gut haut ihr rein. Und schau, tschau. Ciao